Du willst besser werden? Ich kann nichts bauen, man! Digga, du bist daneben gesprungen! Creator Quote Marcel Skorkin mit zwei I. Bedoppelten IQ. Aber ich hab auch immer noch nicht dieses, dass ich die Shotgun auf die Eins packe zum Beispiel. Das ist aber... Es hilft halt nur, wenn du eine Wand kaputt... Also wenn du zum Beispiel auf der Shotgun bist, dann irgendwas kaputt machst mit der Pickaxe. Und dann wieder aufs Inventar switcht. Nur dann ist das halt hilfreich. Also wenn du zum Beispiel die Pickaxe rausfüllst und wieder wegpackst, dann bist du trotzdem noch auf der richtigen Waffe. Nur wenn du baust. Lass mal zusammen landen. Wo gehst du hin? Großes Briggs oder was? Ja, lass einfach Main gehen. Ich bin eins unter dir. Ja. Das ist voll wenige geworden, glaub ich. Ich hab ein Mini für dich. Liegt hier unter dir. Liegt noch auf, wenn du keine AR hast auf dem Balkon, ne? Hab ne AK. Die neuen Animationen sind schon lustig, Digga. Der Burger, wie er das mit der Zunge trinkt, Digga, sieht ja so scheiße aus. Hier? Gib mal ne Shotgun, jetzt kommt. Gib Spaß. Oh, ich dachte schon, der kommt sogar echt was. Ne Schatzkarte, aber das bringt nichts, oder? Nehmt man nicht, oder? Ähm, naja. Kann schon was bringen. Ich nehm's nur einfach mit. Kann man noch mehr Fragen stellen, erzähl dich? Ist sogar relativ close hier drüben. Wir können uns da gleich ein paar geile Waffen holen. Guck mal, das ist halt wieder so typisch. Ich lauf durch dieses ganze Briggs durch, lauf hier noch durchs Gebäude durch, immer noch keine Shotgun. Ich hab auch noch keine Shotgun, Digga. Ist doch lächerlich, Mann. Ah, jetzt hab ich einen, aber das ist die schlechteste mögliche. Grau Tech. Ja. Ah, hier ist es gebaut? Ich push dir jetzt, scheiße. Hier im neuen Gebäude sind die, glaub ich. Unter mir ist auch einer. Da ist der One-Hitler. Da haben wir. Die TV. Erst mal gucken, ob er streamt. Venom-Killer mit 3. Guck mal, ob er streamt und dann... Guck. Aber er hat eine blaue... Ne, hier ist zwei grüne Palms, Digga. Warum auch immer er die dabei hat. Digga, ich fühl mich richtig geil grad. Das macht mir grad richtig Spaß. Einfach nur, weil ich dieses Editen jetzt ein bisschen gelernt hab. Weil man so ein kleines Improvement empfindet, Digga. Jemanden-Hund sind natürlich auch so geil, Digga. Das mach ich sogar ziemlich oft, glaub ich. Ja, Digga, du sagst das auch nochmal auf. Obwohl man ja selber Hunde so richtig mag und so. Eigentlich schon, ja. Ich hätte mich jetzt grad drauf wie in den Keller gehen auf alte Zeiten, aber ich hab ihn schon leer geräumt. Wo ist der? Ich hab ihn. War er alleine? Mhm. Man. Digga. Was muss ich drücken, damit meine Ansicht wieder normal ist? Hä? Was ist denn mit deiner Ansicht? Mir ist so alles krank reingezoomt. Echt jetzt? Ja. Auf einmal. Du mal S2. Dann drücken wir mal Ducken einmal. Hab ich schon. Ich kann doch nicht mehr aufstehen irgendwie. Naja, rutsch einfach. Dann steigen wir ja auch kurz aus. Ja, ich glaube. Digga, irgendwie kommt es mir so. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist. Ne, ja. Dann ist es, glaub ich, nur wenn man drauf sitzt. Hm. Oh, jetzt hat einer gejumpt. Digga. Oh, der ist da. Ja, alles klar. Jo, okay, okay. Ach, Digga. Nein, Digga. Er kriegt zu L2 von uns beiden. Was, Digga? Wie kann er noch leben? Ja, wir haben das Shield gebraked. Er kann gar nicht bauen, glaub ich, ne? Oh, er ist zu laufen. Na, egal. Ich hab mir den Loot. Hahaha. Warum braucht der nicht, Mann? Hast du einen Pickpot, ne, ne? Nope. Oh, du hast gerecht, genau bis zum Unjumpet, Digga. Auf das Feld, ne, ein Feld weit hätte man noch gekommen. Wenn du nicht schaffst. Ja, kann schon sein, Digga. Digga, easy. Ich schaff sogar zehn Felder weiter. Okay, sorry, Digga. So gut, Mann. Der beste Forteinspieler der Welt. Okay, du schaffst. Da fliegen welche vor mir. Der landet hier, der landet auch nicht. Ja, ich sehe sie. Oh, oh. Machen wir 90's kurz. Ich habe mich gelasert. Das weiß. Der andere schießt runter. Komm, ein bisschen, du hast 3D-Play, ne? Ja. Die Toten hier. Einen habe ich. Dann ist hier unten. Ich musste auch so lachen bei dem Stream-Highlight neulich von uns beiden. Da sage ich so, lass mal, ähm, lass mal hier, äh, hier landen wir uns mit Fallen einbauen, sage ich so. Und du lasst so übelst, Digga. Weil das so random war, Digga. Ich weiß auch nicht, warum ich das da meinte. Ja, ja, das war so. Komplett sinnlos einfach. Ja. Rennen sie den Gegner. Auf, da. Ja, komm her, ich rüfte. Ja, warte, wo bist du? Bist du unten noch, ne? Unten wieder, ja. Da siehst du die? Ja. Dein ist One-Shot-Sein-Großvater. Okay. Einen halblich. Hast du den anderen? Noch nicht, ne? Ne, logischerweise nicht. Ist hier oben bei mir. Bro. Da kommen welche mit Ball. Mit Ball. Wo ist der? Hinter mir, hinter mir. Ja, bocht hoch. 100er Hits. Wo ist der? Hinter mir, hinter mir. Ja, bocht hoch. 100er Hits. Wie der um sein Leben gekämpft hat hier in der Balls. War der allein, ne? Ne, da ist nur noch. Der ist hier bei mir. Da musst du ihn jetzt holen. Ja, der Digga, der hat auch... Und? Der... Ich hatte ihn auf One-HP, dann hat er immer sich zugebaut, ja. Und... Und... Loh, der ist hier dabei, hier. Warte, warte, warte. Nein. Ich hab keine Shotgun mehr. Oh. Oh. Ja, wir können noch mal runtergehen. Ja, ich kann noch runtergehen. Ja, ich kann noch runtergehen. Bei einer Sekunde habe ich die Minis aufgehoben, dann hat sich... Hm. Hier sind welche, ich pushe einfach. Du kannst hinterher helfen, dann. Wann fällt denn der? Wie lange dauert es? Bist du da? Ja, das hat wahrscheinlich noch. Ich nutze einfach Redipfly. Du hast die eh gleich, oder? Also... Du bist ein Scheuerherz. Ich komme. Beide unten, beide versuchen sich abzubauen. Mhm. Einer hat kein Schild. Ich bin eingeworkst. Boah, es war clean. Einer habe ich. Die landen noch welche. Ah, ich merks gerade. Ich jump halt immer weg. Oder? Ne, der landet nicht direkt bei uns. Ich lenke den mal ab, damit du da bist. Der ist One-Shot bei dir. Komplett One-Shot. Ja, hab ihn. Oder den aufheben, oder aus dem Sturm. Der war so One-Shotted hat, möchte ich leid. Wo ist dieses Ding ins Stehen? Der kann den Geysir benutzen. Ja. Wie heißt das? Geysir. Ich geh ja auch in den Rift rein. Na, ich kann da eigentlich mein Ding ins. Da ist aber noch einer bei dir. Achso, ja. Ich glaube, das ist auch eine andere. Hier sind welche. Die sind nicht in der Zone. Scheiß auf die, oder? Ich stunt hier einfach auf diesem Hill. Da können wir sie perfekt anfangen. Ich glaube, er hat einen Heavy-Sniper. Muss das noch auffassen. Ich bin gelasert, der hat 180 Schaden von mir bekommen. Echtes? Ja. Warte, darf ich ihn haben, bitte? Ja, hol den dir. Okay. Ich komm nur ein bisschen als Backup. Hat sie den Roku dann schon nachher haben? Nice. Zwei Leute in der Luft hier drüben. Ah, jetzt sind auf dem Berg drauf gelandet. Die machen richtig ernst. Die wollen den win, Digga. Den epischen Sieg. Und die snipen aufs andere Team. Ich habe 41 damage gemacht. Wir können hochjumpfetten, okay? Ja. Wir müssen noch ein bisschen näher ran. Er hat einen Heavy-Snipe, pass auf. Ja. Wann brauchst du das jumpfetten? Ich baue jetzt hier ein bisschen, ein bisschen eher noch. Noch ein Hit. So, das war Ehrenmann Aktion, Digga. Hm. Erst einmal die anderen beiden müssen hier unten irgendwo sein, ne? Ja, komm. Die haben wir dann wie hin gesniped. Da haben sie beide so clean im One-Hit geholt. Hast du sie? Hm. Ah ne, ich sehe einen hier drüben. Ich habe 5 Turrets. Wo ist denn der Typ? Ja, ich auf meinem Marker. Ah. 3 Hits auf Schild. Laser-Hit. Was ist denn der Laser-Hit? Was ist denn der Laser-Hit? Ah, jetzt ist einer noch. Ich glaube ich sind ja übel los gerade. Hehehe. Das kann man. Digga. Die letzten waren jetzt aber echt alle los. Die waren echt, also die letzten Teams waren echt auch noch mal los, man. War eigentlich ganz nice. Lasst ein Like da Leute, wenn es euch gefallen hat. Haut rein und ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.